Hallo Leute und willkommen jetzt zurück zu Contrast. In der letzten Folge haben wir hier vorne das Geisterschiff, das Piratenschiff hier wieder auf Vordermann gebracht. Und damit helfen wir Didis Vater, der hier den Zirkus schmeißen möchte. Zwei Aggraktionen müssen wir wohl noch hier fixen. Ich schau mal was das hier hinten ist. Das scheint die nächste zu sein. Was haben wir da? Eine Filmrolle haben wir aktiviert. Das hier ist... Ich kann es gar nicht lesen. Was steht denn da? Chiarossa. Hört sich an wie so eine Art Fight Club. Aber sieht ja aus wie ein Wald. Schau mal nochmal was hier oben ist. Hier wäre ein Karussell. Das sieht auch nicht mehr so wirklich intakt aus. Hey, hat jemand die Prinzessspuppete gesehen? Wir können nicht wirklich die Geschichte ohne sie beginnen. Das klingt wie Vater. Ich weiß, dass sie irgendwo hier oben ist. Okay, im Theaterspielen. Na, ich war noch nicht mehr besonders gut im Theaterspielen. Ah ja, fein. Ah, da ist sie. Mal nach einem Zeitpunkt war eine Prinzessin, die lebte mit ihrem Vater, dem König, in einem Schloss. Der König liebte sie sehr viel, weil die Eltern liebte ihre Kinder. Mal nachdem, der König hatte auch einen Oger, der war mit den Reinhardt, weil die Oger das tun. Oh ja. Fred, aha. Ah, das war natürlich nicht. Ah, der ist jetzt gut gemacht. Das gefällt mir gut. Das ist eine Riesenbiene, Raupe. Oh. Schaffen wir den Sprung hier auf die Raupe? Ja. Okay, meine Windmühle. Och nein, ich will nicht mal da rausgehen. Ach, wir müssen hier auf das Windmühlenrad, damit wir hier bei dem Baum kommen. Okay, wir können wirklich nur springen. Sie kam zu einem großen Raupe, mit einer knackenden Krokodil. Sie konnte nicht sogar schwimmen. Also, was denkst du, dass sie getan hat? Sie springen von Kopf zu Kopf. Ja, ganz so wie Harry. Okay, wie Harry? Wer ist Harry? Es war eine magische Runde, wo die Pläne seien, dass sich einander kennenlernen. Sie musste die magische Runde nutzen, um hoch zu hoch zu hoch zu kommen. Okay, der letzte nicht. Ach, das muss man dann wieder so timen. Okay, welcher war das jetzt? Das ist der untere. Aber wenn ich jetzt erst den unteren drücke, dann muss ich ja nachher wieder runter, um den anderen... Hm. So schaffe ich den Sprung nicht. So schaffe ich den Sprung auch nicht. Wofür soll eigentlich der letzte gut sein? Er bringt doch mal hier gar nichts, oder? Bum, bumm. Da stoße ich mir nur den Kopf. Oh, da hat der Baum uns rausgeworfen. Den letzten verstehe ich mal gar nicht hier, den auf der anderen Seite. Wofür soll der gut sein? Ah, da ist unser Prinz, der Fred. Ja, das war's. Ja, das ist das was. Ah. Ah. Komm, hau deine Keule da rein. Oh, jetzt bin ich doch drüber gesprungen. Jetzt habe ich nur seinen Kopf berührt und gehe kaputt. was ist das denn? Was ist das denn? Ich dachte, wir sind hier eine tapfere Prinzessin. Ah. Ah, komm, schlag mal wieder hier mit deinen Zacken da in den Baumstumpf, damit die über dich kann. Das ist doch nicht fair, das war doch ganz klar geschafft hier. Ah, der Fred auch für eine Pappnase da. Ja, das ist der Fred in den Hintern von den Ogre, oder wie? Ah. Und so, die Prinzessin schlagte den Ogre und schlagte Fred. Fred nicht fühlt sich so gut daran, dass er wirklich ließ die Prinzessin ließ. Glücklich, der King sagte ihm über eine große Spide, die er konnte schlagern, um zu gewinnen die Prinzessin' Hand. Also, Fred schlagte auf die Leere der große Spide, singend eine wunderschöne Glocke. Ein bisschen weniger laut, als vorher. Nachdem es mehrere Tage lang gelandet, wurde die Prinzessin gefragt, was mit ihrem zukünftigen Freundin passiert. Also ging sie aus, ihn zu suchen, wieder zu suchen. Aber es ist das so für ein Prinz, den will ich doch nicht heiraten, hier mit dem Lappen da, der immer... ...der immer nicht schafft, auf sich selber aufzupassen. Kindlich wie das in der Schule in der Basis, wo die Fußstange erhielten und erhielten, bis es so wie jemand, die sie folgte, mit dem Lappen. Soon, sie kam zu... ...unfortunately, sie impalte sich auf den Bambu. Warte, das ist nicht was passiert! Soon, sie kam zu einem großen Spide, mit fischösen, sterblichen Spiken. Es war viel zu groß, um zu überlaufen. Aber weit weg, sie konnte sie mohnen hören. Sie dachte, es könnte Fred sein. Das war Fred, okay. Ich weiß, ich weiß! Was? Sie hat ein Umbau. Was? Wie der Nanny, in dem Film? Das ist die Mitteilung. Wo würde sie ein Umbau bekommen? Ich weiß nicht, aber das ist das, was sie benutzt. Ich... Ich glaube nicht, ich habe ein Umbau. Du musst einen kaufen, denn sie hat ein Umbau benutzt. Wo soll ich ein Umbau bekommen? Okay, ein Regenschirm. Umbrella, Ella, Ella... Äh, äh, äh... Er steuert sie mit einem Umbau benutzt. Just wie die Nanny, Ella. Sie fliegt runter, in die Kabe. Wow, der steuert sich aber ziemlich scheiße. Sie dachte, sie könnte Fred mohnen hören. Aber vielleicht war es nur der Wind. Oh, jetzt ist mein Schirm hier weg. Was soll das? Oh, nochmal, ja. Wir dürfen nichts berühren. Oh, nach links. Oh, da ist doch noch Gegenwind oder so etwas. Oh. Ah. Stacheln überall. Ah ja, klar. Jetzt... Ah, das Logo. Ach, genau als Spiderswebe. Ah, das war eine sehr alte Webe, und sie konnte frei werden. Unglücklich war die einzige Sache, die eine große Böder hat. Sie mussten einen Ort finden, um irgendwo zu finden. Nein, also das gibt es auch wieder nicht. Aber wir sind keine guten Theaterspieler hier. Zack, Netz 1. Netz 2. Ach, da hätte er drunter verstecken. Ah, ja. Okay. Ja, klar, da ist die Spinne. Ah, was soll ich machen? Uh, das war King Up. Ah, wo der blöde Fred. Wo ist Fred? Ah, da ist die Spinne zermatscht. Ah, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht selber begraben werden. Das scheint hier ja alles einzustürzen. Nix, arme Spinne. Die wollte uns wehtun. Ah, ja. Das kann doch nicht gut gehen, heute ein Drache. Fred hat es einfach nicht drauf. Der Fred hat es einfach nicht drauf. Die Prinzessin hat sich gefragt, warum ihr Drei versucht hat, ihr wegzugeben. Das auch. Aber sie war über Fred, also ging sie weg, um ihn zu finden. Das Drachen war kalt und der Wind hauert an sie, um zurückzukehren. Es gab Rockslide und feierige Schäume. Aber sie war sehr brav und nimble. Wie ist das? Sie war nicht von ein paar gefährlichen Gefahren verletzt worden. Bitte nicht, hier ist so eine Kugel. Was ist das? Was hat das hier mit Muffins zu tun? Macht doch gar keinen Sinn hier. Oh, was ist das? Ach, vielleicht kann uns das, dieses Ding hier hochschießen. Ja, das hat ja nicht so gut geklappt. Werden wir da nochmal länger drauf stehen bleiben. Okay, hier ist noch einer. Ah, nein. Okay, das ist der Erste, der geht so hoch. Jetzt rennen wir bis zum Zweiten. Damit aktivieren wir hier diesen Felsklotz. Jawohl. Okay, das hätten wir geschafft. Wenn die Prinzessin zu der Lähe des Drakens kam, sie war nicht sehr überrascht, dass Fred von der Rüfe des Drakens hängen war. Ah, der Drache sieht stark gemacht aus. Also sie tauntet den Drakens, bis sie ihre feierige Brot an sie gegrillt war. Beide gegrillt, ganz fein. Können die Prinzessin hier eigentlich auch ducken? Ich weiß nicht, ob der Fred da drüber so erfreut ist hier, so zu gebrutzelt zu werden. Okay, das löst die Seile, aber der müsste jetzt eigentlich auch schon mehr als Medium sein. finally burning away the ropes that we're tying up Fred. And so the Princess and Fred lived happily ever after. Fred never had to go on another adventure trip and they had hot buttered muffins every morning. Oh, wie kitschig. There's another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures, but that's for another day. Ja, das gefällt mir besser. Jawohl, das war wohl hier die zweite Attraktion. Schau, da ist der Balloon. Na klar haben wir Leuchtkugeln. Ich denke, ich kann das jetzt aufbauen. Ich denke, du musst das Beacon arbeiten. Okay, du musst das hier aufbauen. Giddyop, forsy. Yeehaw! Ah ja, wir sind... Oh, da kommen wir ja dann gar nicht mehr durch. Ach, dann müssen wir wieder hier im Schattenmodus da durch... Wow! So, die Leuchtkugel haben wir. Wenn ich da springe, komme ich dann automatisch dann... Oder ich springe im Normalmodus und dann... Ja, hier kommen wir mal höher, Leute. Ist ihr okay da oben? Wir brauchen keine Hilfe. Hier, schaue auf das! Jawohl, Didi, das hilft uns weiter. Definitiv. Ich denke, ihr müsst das Beacon arbeiten. Okay. Die Leuchtkugel haben wir auch. Ist hier sonst noch etwas, bevor wir jetzt da runter springen? Ich hoffe nicht. Okay. Jetzt kannst du auf den Ruppen und den Ballon entangeln. Sehr schön. Lange auf das Dach. Okay, jetzt können wir eine Etage... Höher hier wieder. Wo fangen wir denn am besten an? Wo kommen wir hier auf dieses... Space Shuttle? Warte, ich kann nicht so gut hier festhalten. Okay, wir sind auf der Rakete, Leute. Ah! Nein! Nein! Ach nein! Jetzt sind wir ja wieder ganz unten. Wir waren schon so schön oben. Das gibt's ja nicht. Och, dann fällt die da raus. Das ist doch blöd. Okay. Okay, wir sind wieder... Huh, das war King Up. Wir sind wieder da, wo wir vorhin waren. Komm, das muss doch jetzt reichen. Okay, schnell wieder in den Schatten. Nein! Das ist so fällt wie in, ist komplett runter. Gibt's doch nicht. Nein! Oh nein! Voll mit Konzentration hier. Warte, den lasse ich noch einmal hier durch. Wenn wir mit zu viel Schwung da durchschießen, dann sind wir ganz schnell immer aus den... Schatten raus. Ja, die Sternschnuppe ist ja wunderbar. Okay, wir sind oben. Zum Hochziehen am Vorsprung. Boah, hoffentlich schaffen wir jetzt diesen Sprung. Einmal tief durchatmen. Wo ist denn unser Ziel? Da drüben ist unser Ziel. Wie kommen wir denn da ganz hoch? Aber wir müssen noch einmal hier außen rum. Oh nein, jetzt sterben wir. Was ist das so? Da ist alles noch ein Checkpoint. Okay. Gott sei Dank war da ein Checkpoint. Ich sagte ja, der Stern uns hier nicht treffen oder was ist das hier? Okay. Nächstes Dach erreicht. Hier rüber. Die Sterne sind wohl gefährlich. Wie hier so ein Messer. Oh, wie soll ich den denn ausweichen? Okay. Oh, jetzt kommt ja so ein Doppelding. Das ist ja ganz blöd. Vielleicht jetzt mit Anlauf. Okay. Wir sollen hier auf dem Balkon nach dem Ballon los. Was haben wir hier noch? Okay, wir haben mal eine Flasche gefunden. Aber jetzt wollen wir hier noch mal die Aussicht genießen. Wenn wir jetzt hier schon ganz oben sind. Hier mit dem Mond und dem Schiff. Den Rummel da unten drunter. Na gut, der Wohnt ist ein bisschen niedrig auflösend. Aber sieht trotzdem fein aus. Und jetzt machen wir den Ballon hier los. Wir haben es geschafft. Okay, komm in. Ich bringe ihn zurück. Hier. Das war großartig. Ich wünsche mir, dass ich das so machen kann. Bitte, dass ich das so mache. Oh, jetzt sind wir hier unten. Da oben war doch schon eine Leuchtkugel. Das ist ja gemein. Jetzt kommen wir nicht mehr an die Leuchtkugel. Das ist ja blöd. Oder können wir hier einfach mal hochklettern. Geht das? Mann, ich darf nicht über diesen kleinen Sound springen. Geh zum Zirkuszelt. Ich probiere es jetzt trotzdem noch mal. Ob wir da hochklettern dürfen. Ah, da wäre die Leuchtkugel. Oh. Ne, da kommen wir trotzdem nicht mehr dran. Schade, schade. Da sind wir beim Zirkuszelt. Da sind wir beim Zirkuszelt. Die Leuchtkugel. 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 Also, du bist ein Mann von deinem Wort. Geht es. Es ist alles da. Nehmen Sie eine Hand mit deinem Sachen? Meine Apparatur sind sehr delicatet. Und ich nicht jemanden in meiner Arbeit. Ich wünsche mir den Publikum, Mr. Fenris. Und ich wünsche mir... Amazement. Mr. Fenris. Why are you organizing this circus? I know who your investors are. I promised my wife and daughter I'd clean up my act. But if I don't pull in the crowds for you, those boys are gonna put you in the river. Without Kat and Dee Dee, I wouldn't care much if they did. Oh. So those crowds better come. I didn't talk to him. I didn't talk to Mittenzo. Na gut. Das scheint jetzt hier abgeschlossen. Erstes Circus Zelt. Jetzt müssen wir den Vincenzo noch überzeugen. Wir haben alles wieder hergerichtet. Hey. Ja. Dann würde ich sagen, heben wir uns das hier fürs nächste Mal auf. Der Akt ist jetzt auch, wie ich gerade gesehen habe, abgeschlossen. Vielen Dank euch fürs Reinklicken und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.